Als Ärztin kann ich als Hausmittel zur Unterstützung beim Abnehmen Apfelessig empfehlen. Apfelessig ist ein fermentiertes Lebensmittel, das heißt ein Probiotikum. Es enthält lebende Bakterien. Und es gibt Studien, die zeigen können, dass Menschen mit Übergewicht ein Ungleichgewicht ihrer Darmflora haben. Und mit dem Apfelessig bringen sie praktisch ihre Darmflora wieder ins Gleichgewicht. Also sie unterstützen die Verwertung auch der Kalorien. Sinnvoll ist ein Teelöffel Apfelessig gelöst in einem Glas Wasser und das vor jeder großen Mahlzeit. Auf keinen Fall unverdünnt trinken, da ist die Säure zu aggressiv. Die greift die Mundschleimhaut an und auch die Magenschleimhaut. Ich persönlich unterstütze mein Immunsystem vor allen Dingen im Winter, indem ich Apfelessig auch in dieser Form zu mir nehme.